Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es mal eine Zugvorstellung und zwar vom ICE 2, den ich zum Geburtstag bekommen habe. Der ICE 2 besteht aus vier Waggons, die man hier gut erkennen kann. Es gibt halt den Endwagen zweimal und dann noch ein Bordbistro und ein Personenwagen. Ja, dann besitzt das gute Stück noch zwei Soundfunktionen, einmal die Hupe und eine Bahnhofsansage. Die werde ich euch jetzt mal zeigen. So, die erste Soundfunktion ist die Hupe. Die hört sich so an. Ja, und dann gibt es noch die Bahnhofsansage. Und dann hat er halt noch die Lichtfunktion. Und jetzt wollte ich sagen, gibt es noch ein kurzes Fahrvideo. Und dann war es das auch schon wieder gewesen. Viel Spaß dabei. Bitte einsteigen die Tür und bitte einsteigen Sie von sich bei der Antwort. Untertitelung des ZDF. So, jetzt geht's. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.